Mit dir, Michael, das postet der Formel 1 Champion Fernando Alonso vor zehn Tagen auf Twitter. Er macht es mit einem Foto im Vordergrund sein Rennbolide auf der Wüstenstrecke von Bachrhein. Im Hintergrund ein Banner auf einer Leitplanke With You Michael. Ich denke, er möchte damit ein Zeichen des Mitgefühls für seinen Formel 1 Kollegen Michael Schumacher geben. Leider ist Schumi jetzt schon über drei Monate im Koma nach seinem Skiunfall. With You Michael, mit dir Michael, das postet Alonso am 11. April. Er stellt dazu ein Foto auf Twitter rein, dazu sein Rennbolide auf der Strecke von Bachrhein. Sein Gruß gilt Schumi im Grenobler Hospital, leider dort im Koma seit seinem Skiunfall. Fernando füllt mit Michael, das hat mich berührt. Und ich frage mich, hey du, bist oft so distanziert? Ich denke da an den, der Tränen anderer sieht. Er steht an seinem Grab, er hat den Tod besiegt. An seiner Kruft steht jene Frau, die ihn so gut gekannt. Sie weint, weil sie die Leiche von Jesus nicht mehr fand. Doch er, der lebt, er füllt mit ihr. Er schaut nicht einfach zu. Er blickt sie an und sagt, Maria, warum weinst du? Jesus, du bist heute bei mir, schenk mir diesen Skill. Andere sehen und mitgefühl, das ist's, was ich will. Mit dir fällt es mir leichter, das ist der Clou. Dass ich anderen sagen kann, warum weinst du? Dass ich, was der andere fühlt, besser erspüren. Und in meine Botschaft trifft. Hey, ich bin mit dir. 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 Ich bin mit dir.